Herzlich Willkommen zusammen zu einem neuen LS22 News Video, heute mit der Gamescom Edition. Ja, der LS22 wird auch auf der Gamescom sein und dort werden wir wieder einige neue Dinge von der neuen Map Shilongka sehen. Plus von den neuen Früchten und das schauen wir uns jetzt mal an. Mit der Premium Erweiterung, die am 14. November erscheinen wird, wird auch gleichzeitig die Premium Edition erscheinen. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen zwei Packs? Die Premium Erweiterung ist Bestandteil von Season Pass 2 und beinhaltet einmal die Karte, 35 neue Fahrzeuge und entsprechend die drei neuen Früchte. Die Premium Edition hingegen ist vor allem für diejenigen, die bisher noch gar kein LS gespielt haben, denn darin enthalten ist grundlegend mal der Farming Simulator 2022, Season Pass 1, Season Pass 2 und damit habt ihr 6 Karten, über 100 Fahrzeuge, 20 Früchte und halt entsprechend die ganzen einzelnen kleinen Packs. Kauft man das komplette Pack in einem, ja dann spart man natürlich auch nochmal bares Geld im Vergleich dazu, wenn man es alles einzeln kauft. Hierfür gibt es auch einen speziellen Link, den packe ich euch einmal in die Videobeschreibung, damit unterstützt er mich quasi. Kommen wir zu den neuen Bildern und dem Trailer. Ja, wir sehen hier von DEWOLF den ganz großen Harvester ZKI VSE und wir sehen hier tatsächlich zum allerersten Mal die rote Beete, wie die hier geerntet werden. Vor allem hier im unteren Bereich, an der Spitze des Harvesters, sehen wir dann die rote Beete hängen, wie die da aus dem Boden gezogen werden mit dem Klemmbandförderer. Sehr, sehr genial. Wenn wir uns die rote Beete Pflanze auch ein bisschen anschauen, also wir sehen die Blätter haben sie echt schön gemacht, so den typischen roten Strang in der Mitte mit den feinen Äderchen dann im Blatt und gleichzeitig sehen wir auch, okay, die ist schon reif. Wir haben tatsächlich einige braune Blätter da mit drin, denn die Blätter, die wenig Sonne bekommen, die fangen langsam an, dann bräunlich zu werden. Dann sehen wir einmal hier von Bettner den Corsa CN9000, die Sähmaschine im Einsatz. Schaut soweit richtig schick aus. Sind jetzt zwar nur Bilder, aber trotzdem von dem, was wir sehen können, hier schon so ein bisschen Verschmutzungsgrad an der Walze, wie die Maschine gebaut wurde. Ja, Original-Giants-Qualität eben. Dann auch hier mal von Grimme die Dampfräse, die GF800, macht direkt 8 Reihen, wo wir dann entsprechend unsere Gemüse reinzählen können. Ich muss allerdings ein bisschen was kritisieren. Sieht zumindest auf dem Bild hier so aus. Vielleicht sieht es dann im Spiel tatsächlich auch besser aus. Aber vielleicht liegt es auch so ein bisschen am Ende der silbernen Hutzen hinten, dass wir das noch eine kleine Erdanimation haben, wo das ein bisschen Erde noch aufgewirbelt wird. Weil es sieht nicht ganz aus, als ob das perfekt aufsitzt, aber ansonsten trotzdem sehr, sehr schick. Und damit können wir quasi dann unsere Erddämme fräsen. Um dann direkt anschließend mit der Kverneland Mini Air Nova exakt auf den Hochpunkten der Dämme unser Gemüse zu säen. Egal ob Karotten, Rodebeete, Pastinagen, geht alles mit dieser Maschine hier. Man sieht auch, der Saatgut-Tank ist sehr, sehr klein. Auch passend für die Früchte. Und am Traktor das Kennzeichen ZLK, Shilongka. Sehe ich jetzt auch zum allerersten Mal. Von Samasha wird es ein Mähwerk geben. Mit Schmetterling quasi. KDF 34 1 S. Ja, ich habe ja quasi in dem Maschinen-Video schon mal alle Maschinen vorgestellt, die es gibt. Damals gab es noch keine In-Game-Bilder. Vor allem keine In-Game-Bilder im Einsatz. Man muss schon sagen, es gibt hier und da schon so ein bisschen Unterschied, wie das Ganze optisch ausschaut. Von den ganzen neuen Geräten in-Game bekommt ihr sicherlich einiges auf der Gamescom zu sehen für diejenigen, die direkt vor Ort sind. Direkt von der Karte von der Neuen aus dem Dorfzentrum gibt es dann auch nochmal ein Bildchen. Ja, schöne alte Häuser. Teilweise hier schon im Vordergrund die Dachziegel ein bisschen kaputt. Ja, wir sehen dann rechts hinten einmal ein Storchennest. Oben auch so ein Strohmast. Und leicht links von der Mitte sehen wir hier hinten so einen alten Wasserturm. So sieht es für mich aus. Ist jetzt an der Stelle nur ein Bild aus dem Dorfzentrum, aber von dem, was wir bisher gesehen haben, vermittelt die Karte doch schon einen sehr naturnahen Eindruck. Kommen wir zur Trailer-Analyse. Wir sehen hier einmal ein Storch durchs Bild fliegen. Wir sehen hier so eine riesen, ja, Dose, Tomatendose. Und links unten in der Ecke. Sup, sup, sup. Ja, hier drin wird quasi Suppe hergestellt. Konservensuppe. Die Fabrik können wir entsprechend mit unseren neuen Gemüsesorten beliefern. Und dann auch im Hintergrund einige Wohngebäude. Mit Graffitis besprüht, aber einmal in schön. Auch schön hier die Satellitenschüssen außen mit Balkon. Die Wand sieht auch schon ein bisschen älter aus. Wurde ein bisschen besprüht. Sehr, sehr schön. Hier haben wir einmal den neuen Sprayer von Oxbow im Einsatz. Wie der einfach mal direkt vier Weinreben auf einmal sprühen kann. Sehr, sehr interessant. Dann sehen wir hier nochmal von DeWolf, das müsste der P3CL sein, wer hier am Karottenernten ist. Wir sehen hier dann nochmal eine Maschine, die gerade am Kruppern ist. Und dann direkt nochmal hier, sup, sup. Von einer anderen Blickrichtung. Ja, allgemein geht der Trailer viel mehr um die Premium Edition. Also quasi das finale Pack LS plus die ganzen Season Packs. Was ist hier alles drin? Natürlich die Map. Auch hier mal wieder einen schönen Storch, der durchs Bild fliegt. Damit enthalten sind natürlich zwei Erweiterungen. Also einmal die Platinum Edition und die Premium Erweiterung. Wie wir dann hier entsprechend sehen. Auch dann hier eine neue Maschine, die kommen wird. Von Agrio der große Gigant. Die große Gigantspritze, die jetzt gerade hier am Kartoffelspritzen ist. Neue Produktionen, neue Früchte, neue Maschinen, mit denen wir die ernten können. Auch für den Wald. Es wird im Wald zwei neue Baumarten geben auf der Shilonga Map. Aber natürlich ist in der Premium Edition auch die Platinum Erweiterung enthalten. Wo es natürlich auch sehr sehr um Wald geht. Und auch hier gab es schon neue Bäume. Wo man natürlich mit arbeiten kann. Insgesamt sind darin sieben einzelne Packs. Die so im Laufe der letzten zwei Jahre erschienen sind. Jetzt kommt dann erst neu. Das Oxbow Pack kürzlich erschienen. Horsch Aggrovation Pack. Da ist natürlich auch eine Karte mit dabei gewesen. Das Heu und Silage Pack. Das Göweil Pack. Was sehr sehr genial war. Das Vermeer Pack. Kubota Pack. Mit dem Beifahrermodus. Antonio Carraro Pack. Plus natürlich dann noch sechs Karten. Drei Original aus dem LS. Elm Creek. Oberlorand. Erlenkrad. Dann Silverand Forest. Die Horsch Aggrovation Map. Und schlussendlich dann Shilonga. Damit hat man wirklich eine Riesenauswahl. Und kann sehr sehr viel erleben. Und auch sehr vielfältig. Hunderte Maschinen. Alle möglichen Arten. Um die ganzen neuen Früchte. Auf den ganzen neuen Karten zu beackern. Wer sich die Premium Edition holt. Oder zuvor die ganzen Season Passes geholt hat. Der hat schlussendlich im LS dann 20 Früchte. Die er anbauen kann. Sechs verschiedene Tiere. Also Kühe. Schweine. Schafe. Pferde. Hühner. Bienen. Und jetzt schlussendlich. Auch in der Natur. Ja ist kein Nutztier. Aber auch der Storch. Ergänzt quasi das wilde Tierleben. Was auch sehr sehr herrlich ist. Wie ich finde. Hier kann man definitiv jede Menge erleben. Auch hier nochmal ein kleiner Ausblick zum Ende. Auf die neue Karte. Die am 14. November erscheinen wird. Gibt auch tatsächlich ganz schön hügelige Stellen. Wo wir dann so eine kleine Aussicht über die Stadt genießen können. Ich freue mich riesig auf die Erweiterung. Und falls ihr euch genauso freut. Ja je nachdem was ihr schon besitzt. Habt ihr nun die Möglichkeit. Diverse Packs zu kaufen. Premium Edition. Premium Erweiterung. Oder halt auch die Packs einzeln. Kommt auch drauf an was euch interessiert. Wenn euch was davon gefällt. Kauft sehr sehr gerne über meine Links. Oder gebt einfach den Creator Code RACING mit an. Vielen Dank für eure Unterstützung. Habt einen wunderschönen Tag. Viel Spaß auf der Gamescom. Bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao ciao. 5-BUG-A-N-an-o. 6-COM-A-N-O. 7-M-S Heavens. 9-M-E-N-E. 9-M-E. 9-M-E. 10-M-E. Untertitelung des ZDF, 2020